So Leute, da sind wir wieder und zwar auf ganz entspannt, ihr wisst ja, neuer Shop, neuer Stream und ihr seht schon unten rechts, der Zuschauerrekord wurde schon wieder geknackt, was bedeutet, es ging schon wieder ein Skin an euch raus und wenn du auch Lust hast, natürlich gerne einen kostenlosen Skin zu gewinnen, einfach in der Videobeschreibung vorbeischauen, dann auf Twitch gehen, dann Follow da lassen und einfach im Livestream dabei sein, entweder halt selber Sub sein oder halt eventuell hast du Glück, und Monkey und Moritz haben gerade gute Laune und haben ein wenig Mitleid mit dir und verschenken vielleicht und ich einen Sub, aber keine Garantie, also wer ein Skin haben will, gerne im Stream vorbeigucken, ihr seht hier den Shop im Hintergrund, Agent des Chaos, den besitze ich ja eh schon, seitdem wir damals rauskamen, gespielt seitdem, naja, eher weniger, man kennt das, aber ihr wisst ja selber, wie es abläuft, dann wer mich noch unterstützen will, gerne meinen Creator Code eintragen, ich weiß, paar haben nicht mehr drin, ich weiß nicht, spielt kein Fortnite mehr oder wie auch immer, aber neue Season wartet eigentlich schon auf sich, dauert, ist halt nur die Frage, wie lange der ganze Spaß noch dauert und in dem Sinne gerne auch meinen Creator Code eintragen und dann würde ich schon sagen, warst du es auch schon wieder mit dem kurzen, knackigen Shop Video, ist eigentlich nichts Besonderes drin, Nö, also für mich persönlich ist nichts Besonderes drin, Beast Pilot wäre halt heute der 800 V-Bug Skin, den ihr gewinnen könnt oder auch das Emote oder auch die zwei Emote zusammen oder die Pickaxe, wie gesagt, einfach im Stream dabei sein, gerne ein bisschen Support da lassen und in dem Sinne würde ich schon sagen, bis gleich im Livestream.